Willkommen bei OptiLens.de. Mein Name ist Harald Kerschies, ich bin Augenoptikermeister und bin der Inhaber von OptiLens.de. Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man bei der Snowgoggle von Oakley, das Modell Airbrake, die Glasscheiben wechselt. Dazu das Gestell einmal drehen. Hier ist so ein kleiner Zipfel, an dem ziehen wir und hier geht ein Mechanismus los. Zum Öffnen einfach den Daumen hier runterlegen, einfach klicken und schon kann man das Glas einfach rausnehmen. Zum Einsetzen der zweiten Scheibe darauf achten, dass diese Öffnung genau in diese Note reinpasst. Leicht drücken und die zweite Note raufziehen. Mechanismus verschließen. Einmal leicht nachdrücken, damit es sicher geschlossen ist und schon ist Ihr Airbrake wieder fertig.